PS2 Anschlüsse für Maus und Tastatur, es hat Audioausgabe, USB 2, USB 2 mit LAN-Port, GTX 280, SSD und eine Soundkarte, GTX 280, 1000 Watt Netzteil, 4 SSD oder Festplatten einschüben, jeweils Kabel, da haben wir noch zwei Laufwerkeinschüber, die zwei Grafikkarten mit der Soundkarte und der SSD, via SLI verbunden für doppelt so viel Power, die Wasserkühlung für den Prozessor und den Zipfset, 4x2 Gigabyte DDR2, ich glaube 1066 MHz, den Lüfter und die Wasserkühlung, ein und aus Gänge, USB 2 und an und aus, Und jetzt. Liken und Kommentieren